Moin Leute, ich nehme euch heute mit in die IT des Bonis. Das ist die ZIMT. Danke. Hi Torben. Hi. Du bist Fachinformatiker hier in der ZIMT. Was machst du eigentlich genau? Ja, ich bin in der ZIMT im Team Netzwerk Infrastruktur. Und ist dein Tag spontan oder hast du immer bestimmte Aufgaben? Nö, jeder Tag ist anders. Ich stehe morgens auf, komme ins Büro, checke einmal. Ich habe hier immer das Monitoring. Hier sieht man, ob irgendwelche Systeme auf die Nase gefallen sind oder ob Speicher voll ist. Welcher Einfluss hat deine Arbeit auf den Betrieb des Krankenhauses? Schon einen ziemlich großen, würde ich sagen, weil wir stellen im Prinzip die Systeme für die Kollegen im Haus. Und wenn da Sachen wie, ich nehme jetzt mal die Radiologie als Beispiel, wenn der Server im Hintergrund nicht läuft und die Radiologen die Bilder nicht an ihren Monitoren sehen, ist schlecht. Hi Tim. Du bist im Team Standortservice. Was heißt das? Ja, ich bin im Standortservice. Das bedeutet, alles, was so beim Anwender passiert, da kümmern wir uns drum. So, wo gehen wir eigentlich jetzt hin? Wir müssen jetzt auf eine Station. Da wurde mir von der Hotline ein technisches Problem gemeldet. So, dann schauen wir uns doch hier mal den Drucker an. Du bist viel unterwegs. Ja, genau. Das ist aber so ein bisschen 50-50. Ich bin halt viel hier im Haus unterwegs und muss mich um solche Sachen kümmern. Es gibt aber auch Tage, in denen ich einfach im Büro bleiben muss, um dann Dinge vorzubereiten. Danke dir nochmal für alles, was du mir erzählt hast. Ich wünsche dir einen ruhigen Tag. Dankeschön. Und Robin, dir auch. Gerne. Ich habe ganz viel gelernt. Schönen Tag, Leute. Ich weiß, schönen Tag, Leute. Musik 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 Vielen Dank.